Hey Leute, willkommen zu der Führung in Christi LP. Ich bin heute Malayan und wir zocken jetzt mal Pokémon GO auf meinen schlechteren Server. Und wir wollen direkt schon los nehmen. Und ja, Hallöchen, ich bin Professor Willow. Nice. Wusstest du, dass diese Welt von Wesen bevölkert wird, die man Pokémon nennt? Nee, wusste ich eigentlich noch nicht. Pokémon findet man überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf Land, andere ihnen in der Luft und wieder andere im Wasser. Ach, ich hab keinen Bock, Alter. Nachher beim Lieder ich mich noch bei euch. So, Friese ist geil. Augen müssen gelb sein. Wir werden Team gelb sein. Muss gelb. Muss gelb. Muss auch gelb. Muss auch gelb. So, Leute. Wir sind jetzt perfekt vorbereitet. Schnell weg von denen, Alter. Schnell weg. Ich will euch nicht. Ich hab Angst vor euch. Und hab ich schon erwähnt, dass ich in Köln bin, bei Ikea. Ich glaub, das hab ich noch nicht erwähnt. Wen nehmen wir denn? Wir nehmen mal hier diesen Blue Mandern. Vielleicht später. Oh, ich hab, Alter, ich hab richtig geschwitzt. Und first try, baby. Easy. 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 Putz. Glumander wurde gefangen. Das ist nice, Leute. Mein erstes Pokémon ist Glumander. Und, ja, ist schon mal nice. Vielleicht hier noch ein Pokémon? Glückwunsch. Ich nimm mich. Weiß ich. Ich heiße die Wohnung. Oh, Mann. Ähm. Gut. Ich heiße gut, Leute. Gut. Äh. Guse. 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 Ein toller Spitzname. Leute, ein richtig geiler Spitzname, kann man so sagen. Uluk. 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 Hier ist Marina. Und dahin. Uluk. Uluk. Mauzi ist wieder hier in Stütze. Ey, Junge, ich will Mauzi haben. Gib mir Mauzi. 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 Ich will Mauzi haben. Gib mir Mauzi. Easy. Goin. Gerecht. Aber du bleibst bitte drin. Das wär sehr nett. Nice, Leute. Nice ist nice. Und hab ich schon erwähnt, dass wir bei Ikea sind. Hab ich vielleicht noch gar nicht. Mich guckt jeder so komisch an, Leute. Mich guckt jeder so komisch an, weil ich gerade mit dem Handy spreche. Und das ist schon geil, ne? Und wenn ich mit dem Handy rumlaufe, nirgendwo hingucke. Und das ist schon geil. Der Typ verbackt sich gerade auch auf der Welt, kann man sagen. Ich hab einfach bis jetzt mein erstes... Boah, Alter. ...Level 2 plus 10 Pokémon-Bälle. Easy. Easy. Raupi. Ich glaube, Leute, jeder hat Raupi. Das ist ja wieder ein richtig geiler Pokémon. Moin beide auch. Ja, nice. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Endlich, endlich, endlich. Und das Pokémon ist nie. Und, ähm, dieses Ikea ist so riesig, ne? Ich hab nie so ein großes Ikea gewonnen, mal ganz ehrlich. Darf ich vielleicht die Arena einnehme? Als ob, wird da gerade gekämpft? Alles klar, Leute. Sorry dafür. Sorry dafür, Leute. Das war gerade eine Durchsage. Kann man machen. Oh. Als ob. Als ob ich da, als ob da Kübi ist. Kü... Oh. Oh. Junge. Das, das hatte ich noch nie gefangen. Bitte hab ich. Nice, Leute. Richtig nice. Nice, 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 nice. Ich hoffe, das Ding ist gut. Mich guckt gerade jeder komisch an. Nice. Polex rediskriert, kann man sagen. Rediskriert, Leute. Das Taubboss. Nein, ich möchte nicht das. Ich möchte Taubboss. Nein. Muss ich ja zurückgehen. Ach, egal. Ach, egal. Oh, hier ist ein Pokéstopp. Alter, der Red Bull da. Ich gucke so hier, da gucke ich an. Andere sind hier. Oh, keine Ahnung. Irgendwas zu machen. Ich bin hier ein Pokémon Go zu spielen. Nice. Ja. Ich will ja einen Pokéstopp besuchen. Aber hier ist keiner. Nice. Tauboga. Easy. 16 WP. Schlechter geht's nicht, Leute. Schlechter geht's nicht, Leute. Ich fange hier gerade eigentlich relativ viele Pokémons. Kann man sagen. Pokémon. Pokémon. Habe ich gerade einen Kurveball gemacht? Nee, ne? Habe ich gar nicht. Jetzt gehören wir uns mal um das kleine Taub... Taubsee. Leute. Oh, der Junge. Das hat mehr als der Torboss. Und der Pokémon Ball war richtig gefällt, Leute. Ich muss irgendwie fangen. Das lädt hier. Ähm. Ich weiß, Leute. Ich habe einen Taubsee gefangen. Einen Taubsee. Das ist geil. Die sind so viele. Ich fühle mich gerade so komisch, ne? Oh, hier ist mein Laptop. Vor allem neues Pokémon. Taubsee. Ich habe mich mal Raupi oder so. Die Raupe da. Ich glaube, da wurde die ganze Zeit gekämpft. Ist irgendein Typ noch mit dem Handy. Ich bin nicht der Einzige, Leute. Ich bin nicht der Einzige. Mir läuft gerade einer rum auch mit dem Handy. Ich bin nicht der Einzige. Nice. Achso. Nice. Besuch ein Pokestop. Ja, wie denn? Ich kann nicht fliegen. Oh Gott. Da sind viele Ikea-Mitarbeiter. Da gehe ich weg. Loll. Die wurde gerade eingenommen. Von wen denn? Von Kain. Von Kain wurde die Arena eingenommen. Alter. Das ist richtig stark. Und jo, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst euch jetzt noch, ob ich mehr Pokémon Go machen soll. Schreibt es erstmal in die Kommentare. Und ja, Leute. Das war für's. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst euch jetzt noch einen schönen Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.